Beim VDI Bayern Abend kommen wir in München im Hotel Bayerischer Hof zusammen, um gemeinsam mit vielen spannenden Akteuren aus Politik, Wissenschaft, Forschung, Industrie und Wirtschaft Zukunftsthemen zu diskutieren, nämlich wie wir mit Elektro- und Informationstechnik eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft gestalten können. Deswegen haben wir über 200 Leute hier heute zu Gast. Ich bin sehr gern zum Netzwerkabend des VDE gekommen, weil für uns, für die Bayerische Staatsregierung, die Vernetzung unheimlich wichtig ist. Bayern ist stark, Bayern ist Champions League in vielen Bereichen, was die Arbeitsplätze betrifft, was die Innovation betrifft. Aber das geht nicht ohne starke Partner und der VDE ist ein ganz starker Partner. Ich habe mich eben schon mit ein paar Kollegen unterhalten und konnte schon ein paar Kontaktdaten einsammeln, wie man es so schön macht. Die Möglichkeit eben hier Vertreter aus Industrie und auch natürlich aus Forschung einfach kennenzulernen und Informationen, Ideen auszutauschen, ist natürlich Gold wert. Mit den VDE Bayern Awards prämieren wir wissenschaftliche Arbeiten in dem Bereich Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und Doktorarbeiten. Ich stehe jetzt hier, weil ich den Bayern Award für meine Masterarbeit bekommen habe und da habe ich mich mit der Bildgebung, mit Radartechnik quasi beschäftigt. Das bestärkt einen darin, was man gemacht hat und dass man es irgendwie gut gemacht hat und das ist ein sehr tolles Gefühl. Im Vordergrund stand die Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, wo wir heute den großen Handlungsbedarf sehen, dass wir neue Produkte in der Wirtschaft entwickeln, eben mit unserem Nachwuchs, den wir aus der Wissenschaft dann in die Unternehmen bekommen. Ich habe mich mit meiner Promotion damit beschäftigt, wie man berührungslos Vitalparameter messen kann, das heißt Herzschlag und Atmung, um so quasi eine belastungsfreie und Langzeitmessung der Vitalparameter zu ermöglichen. Es ist super schön hier zu sein, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und es motiviert einen natürlich einfach auch weiterzumachen irgendwie und ein Produkt zu machen, was den Leuten vielleicht am Ende helfen kann. Herzlichen Glückwunsch zum VDE Warnabon 2022. Wir machen datengetriebene Leistungselektronik, um die Batterielebensdauer um 60 bis 80 Prozent zu verlängern. Für alle Anwendungen, wo Batterien drin sind. Das ist wirklich überall sinnvoll. Der VDE Award bedeutet mir sehr viel, denn es ist ein sehr großes Zeichen der Wertschätzung gegenüber allen Kolleginnen und Kollegen, die sich im MINT-Bereich engagieren. Und es freut mich auch für alle Schülerinnen und Schüler, die sich im MINT-Bereich engagieren, ohne die wir diesen VDE Award nicht erhalten hätten. Wir haben die VDE Bayern Awards heute zum zehnten Mal verliehen und wir wollen das auch die nächsten zehn Jahre wieder fortsetzen und die VDE Bayern Awards auch in den Folgejahren auszeichnen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.